Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu einem neuen 10 Video hier auf dem Kanal. Ihr habt schon im Titel gelesen, was heute kommen wird, allerdings starten wir damit nicht zunächst, sondern wir starten mit der täglichen SBC Foot12. Ich baue ein Team rund um diese Foot12 Legenden auf, bevor ich das jetzt öffne, möchte ich nochmal nachgucken, wer denn überhaupt die Foot12 Legenden waren, weil da weiß ich gerade nicht weiter. Also der Endverteidiger, also ich kann ja schon mal raufgehen, es sind nämlich drei Spieler vorgegeben im Endeffekt und zwar einmal zwei Stürmer, beide Brasilien, einer von Villarreal, einer von Spartak Moskau, ein brasilianischer Endverteidiger von Chelsea, weil das ist halt safe, der Jute altste, hier wie heißt er, David Luiz. Und die anderen weiß ich gerade halt nicht, ne, also ja, FIFA 12, gucken wir mal nach, also ich habe damals halt noch kein FIFA gespielt, das erste Mal, wo ich Ultimate Team, also FIFA habe ich bestimmt schon gespielt, aber das erste Mal, wo ich Ultimate Team gespielt habe, war FIFA 14. Und ich gucke jetzt gerade mal nach, wer in FIFA 12 denn da gespielt hat, wo ich gerade gucke. Genau, ähm, ja, was war das jetzt hier, La Liga im Endeffekt, Liga BB4, gucken wir mal nach, ganz schnell, ist ja für euch, ich weiß nicht, vielleicht auch interessant. Nilma hat da gespielt, der Nilma mit 92 Pace halt, ne, das war irgendwo hier abzusehen, damit der Typ, der ja gespielt hat, oder der auf dieser Position spielt, halt einigermaßen gutes Pace hat. Ähm, Nilma in dem Fall mit 92 Pace und bei Spartak in Moskau hat, ja gut, der gute Veliton gespielt, auch eine, ja, ältere Legende, der hatte auch letztes Jahr so eine Karte gehabt, der Veliton. Stimmt, da hat er noch in der Super League gespielt, letztes Jahr, der hat auch Forster Skills, Forster Weekend, der Nilma, und Veliton hatte auch Forster Skills, Forster Weekend, beide mit über 90 Pace, Veliton noch mit 81 Schuss, 82 Kopf war damals, Nilma halt nicht mit so viel Schuss, aber dafür gutes Dribbling noch dazu. Also das waren die damaligen Legenden und ich denke mal, das hier ist David Luiz in der Endverteidigung, gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ähm, ja, darum müssen wir ein Team mit mindestens drei Brasilianen anbauen, mindestens drei Silber, mindestens drei Gold und nach 95er Chemie, alles easy, machbar. Einfach nur Brasilianer hier reingestellt, außer den Rechtsverteiger, weil ich da keinen Bronzespieler hatte und das war mir dann auch egal, weil die Chemie eh easy gereicht hat. Acht Spiele auf Loyalität, aber trotzdem müsstet ihr das easy 1-2-1 nachbauen können, können, weil alle, fast alle auf die volle Chemie kommen, nur die beiden hier halt nicht. Und das ist trotzdem mehr als genug, ähm, sollte denke ich mal klar sein, einfach fast nur Brasilianer reingehauen, um, ja, die Chemie voll zu kriegen und, ja, easy halt, ne, also es war keine schwere Challenge wieder mal, gibt auch nur ein kleines Prime-Goldspieler-Set. Allerdings gibt's, ähm, hoffentlich heute noch ein paar andere nice Packs, also was jetzt hoffentlich, wir hoffen mal, dass die von der, ähm, End of an Error Karte, die, äh, von End of an Error Challenge, die Packs, besser noch ein bisschen reinhauen werden, ähm, weil gestern kam ja schon ein nice Video online mit einem richtig sicken Pull, guckt euch das auf jeden Fall an, wenn ihr es nicht gemacht habt, ähm, war auf jeden Fall nice. Ansonsten KKs End of an Error SPC wurde ebenfalls released hier und der hatte schon eine geile Werte, auf jeden Fall 85 Tempo, 95 Dribbling, 91 Schuss, 89 Passen, 73 Physis, richtig sick gewährt und ich wollte den machen, wenn der nicht teuer ist und der ist nicht teuer. Weil man braucht einfach zwei 83er Teams, die voll klar gehen, ich hatte fast den Großteil, also fast alles im Verein, hier hatte ich nur Paulinho nicht und André Gomez nicht, die musste ich kaufen. Und ansonsten mussten wir hier ein Team um AC Mailand, Real Madrid und Orlando City, jeweils einen Spieler von denen, ähm, also wir mussten jeweils einen Spieler von Orlando City, AC Mailand, Real Madrid einbauen. Ein 83er Rating brauchte man und eine 80er Chemie. Ich hab eine 86er Chemie mit, wie gesagt, ähm, oh, der hat sogar auch keine Loyalität, das heißt, wir haben nur acht Spiele auf Loyalität, das heißt, ihr braucht zwei Spiele auf Loyalität oder ihr nehmt hier einfach zwei Positionskarten, dann müsste es ja auch reichen, um die volle Chemie zu bekommen. Dann könntet ihr es fast 1 zu 1 nachbauen, wie gesagt, ohne Loyalität, nur halt mit den Positionskarten wahrscheinlich, ähm, genau. Es ist halt nicht so einfach, weil ich nur Silberspieler oder nur einen Silberspieler von Orlando City hatte, ähm, um da um ein 83er Team zu bauen, dachte ich erst allerdings, weiß nicht, ob EA das hier ein bisschen einfacher gemacht hat, weil ich hab dann ansonsten nur noch einen 85er und ansonsten nur 83er und einen 82er sogar noch drin, ne? Und das hat easy gereicht, hier, man sieht's, ähm, Kaka wollte ich jetzt eigentlich holen dafür, ist halt die beste Ariante, aber der ist halt, oh, den hätte man vielleicht snipen können. Ist ja noch da, höchstwahrscheinlich nicht, nein. Ähm, der ist halt extinct im Moment, ähm, weil der für die Challenge halt perfekt wäre. Wie dem auch sei, ist trotzdem eigentlich relativ, ja, low, also für mich kostet es halt nichts, ich hab halt alles im Verein gehabt, deswegen ist es für mich halt billig, Estelle. Musste wie gesagt nur Paulinho kaufen und den guten alten André Gomez. Paulinho für 9k, der 83er Upgrade geht auf jeden Fall klar, ähm, 2,9 für André Gomez ist auch in Ordnung und den Rest hatte ich wie gesagt als First Owner im Verein, ähm, muss man halt gucken, wie man die Sachen im Verein hat, auch wen man von Orlando City im Verein hat, weil die Spieler werden auch ganz schön ansteigen. Ich hatte jetzt zum Glück, jetzt hier, konnte ich sogar den Silberspieler nur einbauen, den ich hatte, relativ simpel und, also für den Verein und TC Challenge und jetzt und für das Land. Hier brauchen wir mindestens 3 Brasilianer, ein 83er Rating auch und eine 80er Chemie, ich hab eine 84er Chemie nur. Und, ähm, hier 10 Spieler auf Loyalität, achtet da drauf, ihr könntet hier 1, 2, 3 Positionskarten anwenden, ähm, ansonsten könnte man hier noch Subasic oder sowas reinstellen. Wir hatten doch einen 83er Rating auch, Trapp würde, glaub ich, nicht mehr reichen, ich glaub, ihr braucht einen 83er, oder? Können wir mal gucken, ach, aufsteigend, alter. Ähm, Habt ihr noch einen anderen 83er Keeper in der Liga? Ich weiß es grad gar nicht. Ähm, Lopez natürlich, könnte man reinstellen, würde Trapp reichen, Trapp würde sogar auch noch reichen, seh ich grade, ansonsten Kostil, ähm, würde ein 81er reichen, ein 81er würde nicht mehr reichen. Aber ich stell halt einen 83er jetzt hier einfach raus und stell einen 82er dafür rein, das seh ich gar nicht ein, hier, einen 83er zu verschwenden, wenn ich den nicht einbauen muss. Allerdings, muss ich da jetzt einen Keeper reinstellen, ich glaube nicht mal, reicht einfach so irgendeiner hier, ähm, irgendeinen 82er stell ich hier jetzt noch rein. Ähm, wie gesagt, zur Not, falls ihr die Chemie braucht, stellt ihr da einfach einen Trapp rin, oder einen Kostil, oder einen Lopez, je nachdem, das würde auf jeden Fall auch von der Chemie her und vom Rating her passen, würde ich sagen. Ähm, ich stell jetzt hier einfach random, ach, ich hab gar nicht mehr so viele 82er am Verein, Alter, das ist schon krank, hab ich fast alle rausgehauen, kommt der da rein. So, und dann haben wir das auch fertig, ähm, ansonsten halt, wie gesagt, einfach nur 83er und 81er, da vorne sogar noch 2 und 80er hier links reingebaut. Und das ist eigentlich auch schon relativ low für so ein 83er-Team, gut, wir haben halt einen 85er drin, das pusht das Rating halt nochmal gut nach oben, aber ansonsten ist das halt auch relativ low. Bei Neger kostet es eigentlich um die 8,9k, hier haben wir jetzt so 6,4er-Snipe sogar, ähm, also auch ganz schön teuer eigentlich, die 83er, ähm, hat ja auch von der Chemie gerade so hingehauen, hier nur einen Chemiepunkt weniger. Und, also ihr müsst jetzt hier halt gucken, ne, dass ihr hier vielleicht einen Keeper noch aus der, aus der League A nehmt, hier vielleicht Dani Alves, aber der ist wahrscheinlich auch, obwohl jetzt Hauvin könnte er auch da lassen, denke ich mal, es passt ja eigentlich einigermaßen. Wenn ihr jetzt hier, hier könnte man, hier könnte man noch mehr Chemie rausholen, oder? Ne, doch nicht. Hier fehlt ein Perfectling, sehe ich gerade, also wenn ihr hier jetzt ein Perfectling hingestellt hättet, aber der hätte, glaube ich, keinen vernünftigen, dann hätte man hier auch nochmal mehr Chemie, so kommt Rafinha halt so voller und er nicht, aber ist ja egal, ich würde sagen, Leute, das passt so, ähm, ich gehe nochmal schnell die Spielernamen hier durch. Da bin ich ja eben schon mal, oder? Ach, who cares, jetzt habe ich es nochmal gemacht. Ähm, gibt ein 15k-Set nochmal, davor gab es ein 45er, ist auf jeden Fall in Ordnung, würde ich sagen. Und wir kriegen halt, die End-of-an-Era-Karte von dem guten alten Kaka. Richtig nicer Spieler auf jeden Fall, feiere ich richtig. Ja, das ist schon nice, ähm, ja, ne große Karriere, die auch zu Ende ging auf jeden Fall. Hat auch, denke ich mal, gute Stats am Start, 88er Stärke, 86 Antritt, 83 Spundgeschwindigkeit, 88er Abschluss, 91er Schussgab, 91 Fernschuss, 99 Volleyes, 99 Elfmeter, 92 Stellungsspiel. Richtig gute Passwerte auch, 94 Übersicht, 91 kurzer Pass, 94 EFE auch, richtig nice. Auf jeden Fall 99 Ballkontrolle, 99 Ruhr, 95 Dribbling, 91 Reaction. Ja, die Ausdauer ist halt nicht so sick, aber es geht auf jeden Fall klar, nehme ich mit, richtig nice Karte. Und ja, damit würde ich sagen, Leute, öffnen wir jetzt noch hier die drei Packs, die wir haben zu dem Team of the Week und zu den guten alten Foot Birthday Spielern. Ähm, wir öffnen jetzt erstmal das 15k Pack, dann das kleine Prime und dann das normale Prime Gold Spieler Set, würde ich sagen. Ja, natürlich ist das hier ein dünnes Pack, aka ein 82er oder niedriger. Es ist sogar nur ein 77er, jawohl. Richtig geraten, Mensch, bin ich ja stolz auf mich, aber trotzdem ein Scheiß Pack natürlich, ein 15er. Naja, braucht man halt Glück, dass da was Vernünftiges drin ist. Ähm, nehmen wir alles mit. So, dann stoßen wir ab hier. Gut, dann öffnen wir jetzt erstmal das kleine Prime Gold Spieler Set. Wäre ja schön, wenn da ein Schlitz drin wäre oder am Bildschirm, aber ist, glaube ich, eher weniger. Aber wie gesagt, ne. Und bei 45er habe ich gerade auch ein schlechtes Gefühl, weil die letzten 45er, die ich immer geöffnet habe, waren auch immer sauschlecht. Coalman, die Karte habe ich ja geschenkt bekommen, die St. Patrick's Day Karte. Nice Aktion auf jeden Fall. Ähm, ansonsten, ja, nehme ich alles mit, würde ich sagen. Ähm, Lust mehr geht auf die Transferliste. Und so, EA, zeigt uns doch mal, was ihr drauf habt. Wetten, da ist jetzt kein Bildschirm drin, ich könnte wirklich glatt wetten. Kommt es dick runter? Es kommt sogar dick runter, ich raste aus. Ich habe sogar ein Bildschirm drin, hätte ich nicht gedacht. Habt ihr ja gehört, ähm, Spanier, ZM, Santi Casola. Ist okay, ein 83er, wie gesagt. Ist auf jeden Fall in Ordnung. Hätte ich nie im Leben mitgerechnet, dass ich hier irgendein Bildschirmspieler ziehe. Weil, ja. Oh, 3,83er sogar, das ist ordentlich. Pirin kriegen wir gleich wieder zurück. Toppack kommen wir, äh, bekommen wir hier auf die Transferliste. Die gehen halt alle für gut was weg, ne. Also, die sind fast extinct, alter, für 10k. Kranker Scheiß auf jeden Fall. Richtig nice. Ich würde sagen, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen guten Kommentar. Ich will, viel Spaß noch mit dem Info-Pack, was jetzt kommen wird. Ansonsten, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Haut rein. Einfach, weil es gerade so geil geklappt hat. Es muss sein. Es muss einfach sein. Ähm, in der Hoffnung, halt. Alter, Pogba. 90er Pogba, das ist so krank, alter. Das ist so krank. In so einem Pack, wo halt nur ein random EF über 81 aus allen Team of the Weeks drin ist, ziehe ich mal fucking Pogba, alter. Das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Kassen kommen, nächste Chance. Brasilien. Ist okay. Marcelo ist okay. Neh, mich mit. Ist ein 83er sogar. Nicht schlecht. Für SBC ist ganz nice. Gut. Aber damit ist das Lack, der inhalt, das extreme Lack, auch wieder weg. Dennoch ein Pogba, alter. Boom. Oh, ja, ich habe sogar den im Verein. Hatt ich mal in einem Team gehabt.